Hallo Leute, es geht weiter mit Assassin's Creed Origins, den DLC. Ja, ach du Scheiße, das haben wir jetzt hier alles freigeschaltet. Anime-Störungen, dies, das, dos. Ja, 20 Missionen. Ach du Heiliger. Ja, und ich habe ein neues Outfit und zwar ist kein besonderes, aber ein Easter Egg zu Farquay Primal. Das sieht so aus, ja, mit Bemalung. Gibt es auch jetzt an Waffen, aber die habe ich erstmal nicht, weil ich keine Juins mehr habe, aber ich gucke mal, was wir jetzt machen könnten. Ach, der Mörderschatten, ist das die Outfit? Nein, es ist... äh, alle. Ah, okay, da ist die eine. 15.000. 8.000 Länge, wie er das reibt hier. Hava. Hava befindet sich da hinten, aber... Ups, nein, da warte ich. Ich muss mich an die Steuer umgewöhnen, ist schon ein paar Wochen her. Ja.. Oh, Sperrgebiet. So, wo ist denn der? Ach, der da drin muss stücken. Wo ich das? Ah, ich rüsst das. Behinderte Pisser. Behinderte Pisser. Das ist ein Nisch. Pisser. Oh, ey. Euer Ernst. Pisser. Oh, ey. Euer Ernst. Und da. Ja, ich bin der Ball. Ich bin der Ball. Da. Und da. Da. Die Böder ist ein Jahr, nee. Ja, das war wirklich. Das ist ein Gerät. Das ist kein Sperrgebiet, oder? Steck weg hier. Kindersklave. Das ist doch ein Kind. Warum ist er ein Kindersklave? Okay, die gehen einen auf den Sack. Achso, das war's. Endlich. Da kommen die nächsten Pisser. Ohne Scheiße. Das fackt einen echt ab, was hier alles an den Leuten rumläuft. So, Skabeos Schatten haben wir da auch. Oh, da, ja. 43er. Ptermose. Oder Elmir, die Skabeos Schatten. Oh, die sind. Oh, komm, ey. Ja, wo sind die denn? Hä? Hat 400, äh. Das kannste ich aber wusste, ja. Das soll der Mist. Ach, leg mich da am Arsch. Das sind Drecks. Pisser, ey. Guck mal. Die wissen nicht, wann aufzuhören ist. Nein, was machst du? Oh. Oh. Wo hab ich jetzt hier denn? Guck, die wissen nicht, wann aufzuhören ist. Das sind Ratten. Oh, ist denn die scheiß Quest? 303 Meter. Wird aber nicht angezeigt. Ja. Da wird nichts angezeigt. Tja. Man kann es nicht machen. Wird dir angezeigt? Doch, da. Ich würde schön sagen, ey. Nein. Pisser möchte ich suchen. Kann ich jetzt? So. Wie aussehen? Voll der Hipster. Ich bin aus der falschen Zeit. Ich bin Zeitreisender. Hallo. Keine Ahnung, was mit dem Skaribirschatten ist. Der war ich grad blind, oder? Ihr habt's. Ich weiß auch nicht. Euer Ort entdeckt. Oh, Sperrgebiet. Muss ich mal rein stürmen, ne? Kann auch ganz behutsam da reingehen. Da musst du keinen Fass aufmachen. Und wir haben immer noch den hier. Nicht vergessen. Da ich, ja, Ding zocke. Farquay. Damals leider nicht. Und man kann das schnell vergessen. Okay, man hat mal einen Boom, aber. Äh, ja. Der kann jetzt nicht so krass kontrollieren. Ja, okay. Alter Schwede. Viel zu viele. Viel zu viele. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Sch, 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 sch. Dazu kann man sich auch hier gut verstecken. Ist auch so ein Vorteil. Süß ist Limit. Und wir leben hier. Na, jeder. Na, ich mag das dich wieder. Schuss, schuss, schuss. Okay, bekämpfe ich ihn gerade. Ich nehme kurz die Ablenkung. Tut die zwei Pimmel. Und dann kommt einer, kommt mal hier. Was ist mit dem, okay, da ist keiner. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Wollen sie endlich? Oder? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Guck doch da hin. Oh, okay. Oh, okay. Das ist doch dämlich. Ich hab mich gerade gesehen. Oh, okay. 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 Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. ở đâyj Se zankuinum, a sepulcrum! Sibi a me! Sibi manere! Acordiamo, Dio! So! Hey, muss das Ziel jetzt abgehauen? Oh! Habe ich gesehen! So! Das ist doch nicht normal! Bye! Sibi! Precure ad mulierum, Terras! Okay! Ja, ja! Oh! Alter! Sette! Wichser! Was? Schau auf jeden Fall die zwei... Wie der ein Hopsen ist! Ja! Ich hab ihn! Ja! Nicht traurig über die anderen Kollegen, die gestorben sind? Nö! Ich hab ihn! Ja! Ja! Auf jeden Fall zwei Hauptwänner! Nur ein Kommandant und ein Hauptwänner! Dieser Ort wird schwer! Gibt's doch nicht! Was ist das denn? Oh! 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 Hey, hätte ich mich nicht gesehen. Hey, Ninja. Wo ist der Pisser? Ich muss eh so den Tod bestätigen. Eigentlich hat es ihn, aber ich muss den Tod noch bestätigen. Wo lebt der denn noch? Eigentlich dürfte er nicht mehr leben. Hier sollte ich vorsichtig sein beim pinkeln erwischt tatsächlich läuft nur rum Das ist doch dämlich. Wie was machst du denn? Runter 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 mann. Runter runter. Wenn sie sich weigern zu reden, schneidet ihnen ins Fleisch und setzt Skarabelle ein. Und gebt ihnen den verdorbenen Wein zu trinken. Wenn sie nichts preisgeben wollen, freutet sie. Pflanzen. Du bist kein Steinmetz. Und Amun wohnt nicht in deinem Kahr. Nur Anubis. Endlich das Zeit oder was? Das ist ja... Aber wir wissen keine Story von denen. Profio, die Splitter entziehen sich uns immer noch. Der Orden ist ewig. Du bist vergänglich. Eine Statue. Chirurgische Schläge. Der Steinmetz. Auf der Söhne. Keine Ketten ist zu stark. Nice. Ein Fähigkeitenpunkt. Lass mal gucken. Was ist denn jetzt als nächstes? Was ist die Hauptquest? Ja. Wo ist die? Am Afterwelt? Ja. Da. So. So. So geht's auch. Ups. Da hab ich... Zu schnell geschluckt. Keine Kette ist zu stark. Äh äh. Ah hier. Drei tot. Wie versprochen. Bleib noch hoch, Fio. Mhm. Die Todesnachrichten werden ihn in den Sinai locken. Gamilat ist jetzt der Held im Land. Die Leute reden nur noch von ihm. Machst du dir Sorgen? Die Sache der Rebellen ist gut. Aber allzu oft werden auch Unschuldige in ihre Kämpfe verwickelt. Und viele sterben dabei. Hast du mit ihnen darüber gesprochen? Für ihn sind sie Märtyrer. Oft schließen sich ihre Familien den Rebellen an. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Fuck. Oh nein. Nope. Jacin. Wir sind Jesus. Das wird heute ein Festmahl für die Geier. Ich trage euch alle. Hey, wo kam der Deutsche? Ah ja. Ah ja. Wie aussehen. Wo sind unsere Haare? Du hast zu viel Aufmerksamkeit erregt. Sogar Rom weiß vom Büro im Sinai. Ich weiß, das Feuer war der Beweis. Jetzt müssen wir Tahira und Kasta finden. Sie schmoren in der Festung Klostra. Ich schleiche mich rein. Ich übernehme die Umgebung. Da sind überall Centurius. Schönes neues Outfit. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wenn wir unsere Verborgenen wiederhaben. Okay, da ist Tahira. Oder Kasta. Ich würde aber eher die Ausrüstung wechseln. Ey, das sieht blöd aus. Mensch, ey, ich bin eben, wie sieht das blöd aus? Wir sind doch der Halunke hier. Habe ich das kaputzt, der Tattoo, da sieht es auch beschissen aus. Ähm... 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 Komm, lass mal das. Kann man nicht rüber? Diese Zone ist tabu. Irgendwie nicht. Die Pisse haben wir überall. Der scheiß NATO-Holz aufgestellt. Oh, ich bin in die Medien rübergekommen. Jetzt gucken wir nochmal. Achso, wir sind getrennt gewesen. Ein Hauptmann, zwei Kommandanten. Treibt doch. Scheiße ist das. Oh, jetzt kommt der Typ, ey. Schrei mich nicht so an. Hat doch einen Knall. Schrei mich nicht so an. Schrei mich nicht so an. Schrei mich nicht so an. Wie ist es? Ich verrucke. Ich werde nicht so an.